Hey Asha, rief ein unbekannter Jason Drulow zu, scheinbar ein No-Go für den ihn. Der Savage Love Interpret ging auf den Fremden los. Jason Drulow, 32, hatte sich offenbar nicht mehr unter Kontrolle. Der Sänger ist in einem Hotel in der US-Stadt Las Vegas auf zwei Männer losgegangen. Grund dafür soll die Verwechslung mit einem anderen R&B-Star gewesen sein. In einem Video, das unter anderem dem Promi-Portal TMZ vorliegt, ist zu sehen, wie einer der Fremden Drulow mit Hey Asha anspricht. Kurz darauf sprintet Drulow los und greift die Unbekannten an...Augenzeugen zufolge habe der Mann den Savage Love Interpreten provozieren wollen, und das mit Erfolg. Sicherheitspersonal musste einschreiten, um den Musiker von den Männern loszureißen...Vorerst keine Anzeige für Drulow. Punkt. Die beiden Opfer hätten vorerst keine Anzeige erstattet, könnten dies im Laufe des Jahres jedoch nachholen. Eine ärztliche Behandlung im Krankenhaus war angeblich nicht erforderlich. TMZ hat bereits versucht, Kontakt zu Jason Drulows Management aufzunehmen. Bislang gibt es kein offizielles Statement von Seiten des Superstars.